bei CakeTV Uncut, was geht. So, wir gucken jetzt wieder Bannungsanträge an. Es gibt auf jeden Fall wieder einige. Mal gucken. So, äh, Nekiravan schreibt heute um 1.25 Uhr ABK Army, du Fotze. ABK Army. Warum macht er das mit seiner Zeit? Warum ist denen das wert? Ich versteh das nicht, Alter. Mach doch irgendwas anderes. Äh, weiß jemand, wie lange Tim streamt? H-D-M-A-H-M-D-L Halt Maul, du Loser Ey, könnte sein, ne? Der Typ Ha, nicht mal Abitur. Du hast sächsischen Dialekt. Der Boss hat sächsischen Dialekt. Äh, ich hab Dein Mutter in Arsch gefickt. Hab nur ein Meme zitiert, werd mein ADHS zügeln. Ja, gut, Digga. Ey, der hat sein Konto an meinen Geburtstag erstellt. Heftiger Typ auf jeden Fall. Ja, hör auf, so eine Cringe-Scheiße zu schreiben, dann ist okay. Ist übrigens wieder Maxillium gewesen, ne? Den ich hier zurücknehme. Äh, easy. Äh, H-M-D-L Alhamdul, Alhamdul, okay, ja, nee. Halt Dein Maul, irgendwas, keine Ahnung. So, äh, Twitch-Stream, ups, sorry. Ähm, ich habe diese miese Kombo auf meiner Tastaturke immer von voll aus Versehen, aber super, das ist ja auch kein Mord. Digga, ja, es ist wieder Maxillium. Mod-Kommentar 1, mal gucken. Eigenwerbung aber so, bro. Ja, aber warum banst du ihn denn, Digga? Ein Timeout reicht doch. Das ist das Erste, was er reingeschickt hat. Er hat noch nie irgendwas in den Chat geschrieben. Ich mein, er timeoutet ihn sogar schon. Und du denkst dir so, nee, Digga, der wird gesperrt. Digga, natürlich wird das aufgehoben. Tut mir leid, Digga. Also, Maxillium ist halt, langsam ist dein Stuhl wackelig, ne? Du musst selber gucken, wie du weiterkommst. Äh, moin, lol, moin, emotes, 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 äh, tut mir leid, dass ich gespamt habe, kommt nicht mehr vor, bin neu. Okay, und dann spammt man, oder was? Ja, naja, gut, das ist ja jetzt ja auch schon wieder zwei Wochen her. Ich denke mal, das ist okay, die aufzuheben. Übrigens habe ich mich vertan, man kann gar nicht alle drei Monate neu einreichen. Das hat mir irgendwer gesagt und ich dachte so, ja, ist voll cool. Das heißt, wenn ich einmal ablehne, ist es einfach für immer abgelehnt. Schwierig, ne? So, du dummer Wichser. Traurig. Okay. Alles klar, weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen? Ah, wieder einer, der schon länger gesperrt worden ist. Yo, Bro, endlich gibt es die Möglichkeit hier. Ich habe damals etwas über Gina geschrieben und dann einfach Band, lol, Evie, 2017, Vala, Bila, ich schwöre, habe sogar dreimal gesubbt in der Zeit. Ja, Digga, dann entsperren wir dich natürlich, ne? Also, ist ja klar, wenn da halt nicht mehr steht, was los ist. Auch vom 17.1. KuchenTV ist dein Hundesohn. Ich wollte gucken, wie schnell ich gebannt werde. So, der Mod, der mich gebannt hat, ist ein Hurensohn. PS, das war kein Spaß. PS, der, der das sieht, ist ein Nutzensohn. Ja, ich werde gebraucht. Im Gegensatz zu dir. So, es wird natürlich abgelehnt. Äh, Sachsenziege, Haar, Alpha Kelvin, Dattel, Simon Unge, Little Snowpoke, I think I'm losing my mind, Hitler, PP77, Saras Lippenlöffel, ähm, ja, sorry, dass du ihn missgeschrieben hast. Ich distanziere mich von den Aussagen, die ich damals gemacht habe. Eigentlich würde ich ihn nicht entsperren. Alleine für die Aussage hier, äh, eigentlich kein Platz in meiner Community. Aber dadurch, dass das halt jetzt schon fast ein Jahr her ist und ich glaube, dass der Typ einfach nur witzig sein wollte, heben wir die Sperre nochmal aus. Sollte Riads Blatun-Fern nochmal irgendwas, äh, in, in den, äh, Dings schreiben? Ne, lass mal. Naja, naja, ich bin da, ich bin da einfach zu nett, Digga. Wenn du nochmal irgendwas in die Richtung schreibst, dann band den bitte für immer weg. Schreib das auch im Mod-Kommentar rein. So, du Huen, du HS. Ich meine, guck mal, das ist aber auch geil. Die Leute gehen hier in den Chat, um mich zu beleidigen, werden gebannt und kommen dann nochmal in den Chat, äh, um das, um da nochmal was reinzuschreiben, um mich nochmal zu beleidigen. So, hä? Dominik, dankeschön, und für deine fünf verschenkten Zubs, vielen Dank, Digga, Ehre auf jeden Fall. Danke sehr, danke sehr. So, äh, 28.09.2019. Uh, vom End of Potato krank. Hi, blblblblblblblblblblbl, Hi, lolb, bitte, ein Zabgift, bitte Zabgift, 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 Zabgift. Äh, bitte gönn, ich war richtig dumm damals, das war dein erstes Stream. Gönn einfach, will nur den Chat sehen, äh, wird auch nicht mehr vorkommen, weil Sub gebottet geht eh nicht klar, äh, gebettet geht eh nicht klar. Wäre ja lustig, wenn ihm jetzt einer tatsächlich einen Sub schenkt dafür. Ich hoffe natürlich nicht nur auf das Geld, was ich dafür kriege, sondern es wäre einfach lustig. So, 9.1.21, also gerade du keck. Du keck. Okay, Digga, dann weiß ich nicht, dann lass ich dich halt gebannt. Anstatt dass sie sich entschuldigen, um mich dann im Chat nochmal zu beleidigen, damit die noch einen Entbannungsantrag stellen können, wo sie mich wieder beleidigen können. Aber naja. Das auch wenige Tage hier. Dankeschön für den Sub. War dein 100. Sub, sag doch was dazu. Kuchen, was würdest du machen, wenn Gina dich mit Feiergurten betrügen würde? Gespamme, hey, Kuchen willst du mir ins Maul jissen? Vor allem, das war vor zwei Tagen. Sorry, dass ich gefragt habe, ob du intelligent bist. Jetzt habe ich ja die Gewissheit. Digga, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ja, natürlich bleibt der gebannt, Digga. Also, du spamst mein Chat komplett voll, schreibst die ganze Zeit Scheiße und schreibst dann, ja, ich wollte nur gucken, ob du intelligent bist. Ja, bin ich, deswegen lass ich dich gebannt, mein Freund. Hund, verschieb deine Cam, du Hund. Sorry, Kuchen, aber ich würde mich so krass für solche Zähne schämen. Ja, tue ich ja auch, deswegen trage ich ja eine Zahnspange, so weißt du, um die zu verändern. Im Gegensatz zu dir kann ich mir nämlich sowas leisten, bruh. So, der hier ist auch erst seit drei Tagen gebannt, der hat aber schon sehr oft was reingeschrieben. Hi Leute, fuck der Police. Bis zum nächsten Mal. Mein Bruder heißt auch Yobi. Yep. Moin Leute, BR4-Ruf, bla bla bla. Vor allem, warte mal, er kommt rein. Und sechs Minuten später geht er weg, um Bettafee zu zocken. Das sind Zuschauer, die ich liebe. Wie viel hat die Spange gekostet? Also, die Behandlung kostet so drei bis viertausend Euro. Hast du vor, zu reagieren? Irgendwelche Nachrichten? Alter, dankeschön, Dominik Wehner für nochmal zehn verschenkte Subs. Alter, ihre Mann. Dankeschön. Vielen lieben Dank an dich, Junge. Der beste, beste Kuchen, die verankerte Video ever. Äh, sorry wegen Spam. Das Heuchel war ein Joke. Du Heuchel, bitte reagier auf Maximilians Ding. Äh, Reaktion nochmal, bitte. Er war so lost. Ja, gut. Er hat sich entschuldigt für den Spam. Ja, naja, gut. Egal, ich hab heute meinen netten Tag. Ausnahmsweise kannst du nochmal. Ähm, ich hab übrigens, ähm, die Reaktion von Maximilian, ich hab ihm gesagt, er soll das rausnehmen. Also nicht, weil das so lost war. Ich hab's ehrlich gesagt nicht mal geguckt. Aber, äh, es haben mir Zuschauer geschrieben und ich hab auch selber den Test gemacht. Der Typ, äh, blockt einfach, äh, kritische Kommentare und ich möchte nicht, ähm, mit Leuten in Verbindung gebracht werden, die die Meinungsfreiheit nicht schätzen und einfach jede andere Meinung, äh, aus den Videos entfernen. Ähm, find ich einfach absolut lächerlich. Deswegen hab ich gesagt, yo, Bro, ey, nimm deine Reaktion offline, sonst sperre ich die, weil ich auf solche Kinder einfach keinen Bock habe. Ähm, wobei ich schon gerne gewusst hätte, was er sagt, soll wohl sehr lost gewesen sein. Äh, du bist so ein Stück Scheiße, ich krieg dich trotzdem noch, du Fotz. Äh, lach, solange du kannst. Lach, ich ficke. Sein Freundin. Er weiß das, der Hund. Kuchen-TV, wir holen deinen Arsch, ziehst jeden Tag die gleiche Jacke an, du Dreck. Wie viele Jacken habt ihr denn? Ich hab zwei. So, hä? Naja, Kuchen, du Nietensohn. Hm, du Hurensohn. Naja, kannst du dir auf jeden Fall denken, ne? Bist ja überfett. Hä? Ich weiß nicht mehr, was der Grund für die Sperre war, bin jetzt auf jeden Fall reifer. Bist ja überfett. Warum hat er das geschrieben? Warum wurde der überhaupt dafür gesperrt? Ist Suppenlöffel gerade hier? What the fuck, Alter, hä? Er ist jetzt kein Grund, jemanden zu bannen, irgendwie. ABK, 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 ABK. The ABK. Der allerächte ABK. Kannst du keine Kritik ab, du Hund? Oh. ABK, 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 ABK. Geile Kritik, Digga. Krank. Über das Thema könnte ich mich wirklich stundenlang überhalten. ABK-Mimis Argumente haben beide keine Belege. Mimis sind dann glaubwürdiger, oder was? Ja, weil er die Wahrheit sagt. Also, er kann ja feststellen, dass Apparate halt die Unwahrheit gesagt hat, so. Jetzt habe ich angeklagt mir persönlich drauf. Du kannst dann deine Meinung sagen, warum Mimis glaubwürdiger ist. Digga, guck dir doch die Videos von Mimis an. Warum ist Mimis wohl glaubwürdiger? Ey, Junge, so dumme Leute, ey. Hey, KuchenTV, ich wollte schon was zu ABK sagen. Schon klar, man kann 32.000 nicht mit 2.000 vergleichen, aber ich habe heute viel weniger als du früher. Schäm dich. Check ich gar nicht. ABK, ABK. Es tut mir leid, dass ich dir den Mittelfinger gezeigt habe, dass du dich schämen sollst. Ich will jetzt nicht darum betteln, entbannen zu werden, aber ich möchte mich nur entschuldigen. Ja, ist schon relativ lange her, ne? Wahrscheinlich will der mich jetzt wieder beleidigen, aber ich hebe das auf jeden Fall mal auf. Ist okay. HS. Jo, dachte ich, kann ich in den Chat was reinschreiben. Wolltest du nur ausprobieren. Wahrscheinlich, oder? Vor allem, ja, ich teste einfach mal und schreibe Hurensohn. Hm, beweisen kann man ihm das natürlich auch nicht. Das ist tatsächlich das Erste, was er reingeschrieben hat, ne? Ja, komm Digga, so nur band dir den wieder weg. Mein Gott, Alter. Die Ausrede ist so dumm, dass lass ich durchgehen. Was geht du, Pädo? Was geht du, Pädo? Warum bist du ein Pädo? Bruder, ich hab was mit deiner Mom, nicht mit deiner kleinen Schwester, Bro. Ich glaub, du verwechselst da was. Kannst mein Onkel grüßen? Das sag ich lieber nicht. Kannst mein Onkel grüßen? Grüß mein Onkel. Also einfach nur ein Spammer. Danke. So, wir haben sogar zwei neue Anfragen. Äh, von jetzt gerade sogar. Ne, von vorhin. Doch, jetzt gerade. Äh, ja gut, der hat das jetzt, ja genau. Was soll das? Ich hab nur im Chat geschrieben. Der hat jetzt extra gespammt, damit dann das Video kommt. Bleibt natürlich gebannt, ist klar. Ähm, der ist von vor drei Tagen. Ich bin ein großer Fan. Ich mag Giraffen auch gerne. Geil, Alter. Äh, dein Vergleich als Hauptschulvergleich zu Rezo. Weiß gar nicht, wo ich das gesagt hab, Digga. Äh, Kuchen, woher weißt du, dass die Schulbusse morgens leer sind? Fährst du nicht mit dem normalen Bus? Bruder, ich fahr doch nicht Bus. Wie seh ich denn aus, Alter? Ähm. Ja, der hat einfach nur reingespammt oder so, ne, glaub ich. Ich bin, aber mit den Giraffen müsste ich ihn eigentlich wieder entbannen. Aber ne, Digga, ich find, Bruder, ich will dich hier nicht haben. So, das waren auf jeden Fall die Entbannungsanträge. Wir sehen uns, bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, ich bin, wir sehen uns, bis dann. Und dann, bis dann. Das war's.